Heute geht es um eine Entwicklungsumgebung 2020. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um ein Video, das viele von euch schon lange erwartet haben, beziehungsweise was seit zwei Jahren überfällig ist. Und zwar habe ich vor zwei Jahren ein Video gemacht, wie man im Prinzip meine Videos programmieren kann, beziehungsweise welche Umgebung ich nutze, um das alles zu machen, wie ich SAS zu CSS mache und so weiter. Das heißt einfach so eine Entwicklungsumgebung für meine Tutorials. Und das ganze Video ist von 2018 und lange überfällig. Es nutzt noch eine veraltete Version von GALB. Es ist auch allgemein nicht mehr so schön und es muss einfach mal geupdatet werden. Genau das machen wir heute. Was heißt, heute gibt es ein Video, das ist, wie ihr seht, deutlich länger als normal. Für alle, die hier einschalten, weil sie ein anderes Video von mir gesehen haben und im Prinzip das nachbauen wollen, aber nicht wissen, wie das alles funktioniert, direkt am Anfang werde ich ganz kurz erklären, wie man dieses ganze System nutzt. Was heißt, ich werde nicht darauf eingehen, wie ihr das praktisch selber nachbaut oder wie ihr das für euer Projekt ummodelliert, sondern ich werde nur erklären, wie ich nutze das Ganze. Unten in der Videobeschreibung sind auch zwei Breakpoints, was heißt, ihr könnt entweder direkt zum Nutzt springen, jetzt, oder ihr könnt unten direkt zur Erklärung springen, wie das alles funktioniert. Was heißt, entscheidet euch, ihr könnt natürlich auch das ganze Video gucken, ich würde mich freuen. Ansonsten, ja, werden wir dieses Video jetzt gemeinsam uns mal genauer ansehen. Allerdings unten in der Videobeschreibung sind einige Links. Was heißt, einmal zu einem Repository, wo der ganze Code zu diesem Video hinterlegt ist und ich rufe jeden von euch auf, einfach mal mitzumachen und das Ganze zu verbessern. Was heißt, wenn ihr Vorschläge habt für neue Tasks, die der Taskrunner für euch erledigen kann, irgendwelche Bugfixes, irgendwelche Updates oder sowas, schreibt das einfach in die Videokommentare oder viel besser, macht direkt ein Git-Issue beziehungsweise schlagt doch direkt auf Git vor, was man ihr verbessern würdet, sodass wir das gemeinsam immer aktuell halten können. In Zukunft werde ich versuchen, regelmäßige Updates zu machen zu dieser Entwicklungsumgebung und ich habe auch einige kleine, coole Features geplant, wie beispielsweise WordPress, also wie man das Ganze für WordPress nutzen kann, wie man das Ganze mit Git noch viel besser integrieren kann, wie man damit Docker-Container bauen kann und solche Geschichten. Was heißt, das werden wir alles machen. Prinzipiell, ja, werden wir jetzt gleich loslegen, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer unten, wie Schreibung ist, Discord, schaut vorbei, sagt Hallo und join der Community. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Hier findet ihr meine Entwicklungsumgebung. Als erstes gibt es jetzt einen kleinen Guide, wie das alles einfach nur nutzbar ist, sodass ihr möglichst schnell mit meinem Tutorial starten könnt. Im Anschluss daran werden wir dann erklären oder ich werde erklären, wie ich das Ganze aufgebaut habe und wie es alles funktioniert, damit ihr in Zukunft das versteht. Falls ihr einfach nur schnell mein Tutorial nachvollziehen, nachprogrammieren wollt, dann müsst ihr jetzt einfach nur das machen, was ich hier habe. Was heißt, ihr habt hier mein Repository, was heißt, hier oben steht Unleash Design und dann Basic Web Environment 2020. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und wird auch in Zukunft unter jedem zukünftigen Video unten verlinkt werden. Wenn ihr das einfach nur nutzen möchtet, könnt ihr hier auf Git-Clone klicken und hier einfach das Ganze einmal kopieren. Wenn ihr das getan habt, habt ihr quasi das Repository in euren Zwischenspeicher geladen und in dem Moment kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich habe hier meine Konsole, beispielsweise auf dem Desktop und sage jetzt hier einfach Git-Clone-Strong-V für meinen Repository-Link, drücke auf Enter und ich beginne jetzt das ganze Ding zu klonen. In dem Moment, wenn ihr das geklont habt, solltet ihr auf eurem Desktop jetzt einen neuen Ordner haben. Dieser Ordner sollte in der Regel jetzt so heißen wie das Repository, wenn ihr es nicht umbenannt habt. Das heißt, ich kann jetzt mit CD und dem Repository-Namen, dem Ordner-Namen damit, quasi in den Ordner reingehen und kann hier, das erste, was ich mache, ist npm i eingeben. Damit sage ich npm install, ist die ausgeschriebene Version. Und in dem Moment installiert ihr alle Dependencies, die für dieses Projekt relevant sind. Falls ihr wissen möchtet, welche das sind, findet ihr das in der Beschreibung, in dem Repository, in der Package-JSON. Da gehen wir einfach mal drauf und wenn ich hier ein bisschen ranzoome, dann müsst ihr das auch gut lesen können. Hier unten stehen nämlich Dependencies und hier haben wir eine ganze Liste von Plugins, die wir im Laufe dieses Tutorials nutzen. Ich werde, wie gesagt, erklären, wie man die installiert. Ich werde allerdings nicht jedes Einzelne installieren. Was heißt, das sind alle, die gebraucht werden für dieses Package und die entwickeln sich jetzt oder installieren sich halt jetzt Step-by-Step durch. Ihr seht das hier, das dauert auch eine Weile und am Ende ist es fertig und das Ganze funktioniert. Das Einzige, was ihr im Anschluss daran noch tun müsst, ist hier GALB. Entweder einfach nur GALB einzugeben, das bedeutet, er wird das Ganze einmal bauen. Was heißt, wenn ich das jetzt eingebe, würde das einmal installieren, läuft komplett durch und hat es komplett gebaut. Aber ihr seht, ich bin wieder in der Kommandozeile, was heißt, er hat kein Watch. Für die Entwicklung ist das natürlich blöd, weil jedes Mal, wenn ihr eine Änderung machtet, machen würdet, wieder GALB eingeben müsst, um das Ganze quasi nochmal neu zu bauen und eine Preview zu sehen. Das wollen wir nicht, sondern das, was wir wollen, ist GALB dev. Was heißt nicht GALB dev, sondern npm run dev. Wenn wir das machen, dann läuft im Prinzip das durch. Und ihr seht, wir landen hier nicht in der Konsole, sondern ich habe jetzt im Prinzip ein Watcher gestartet, der permanent überprüft, ob Dateien geändert werden. Und wenn etwas geändert wird, läuft der wieder durch. Ihr findet hier oben, wenn man hier das anguckt, sieht man hier Finish CSS, Starting Script und so weiter. Er läuft durch verschiedene Jobs durch. Und hier oben, hier unten findet ihr Localhost 3000, was heißt, der müsste jetzt theoretisch bei euch auch euren Standardbrowser geöffnet haben und dort im Prinzip jetzt Localhost 3000 mit eurer Seite anzeigen. Zusätzlich findet ihr hier oben Linter, was heißt, ich habe hier, wie ihr seht, jede Menge Warnings in meiner Main.sass und auch hier unten in der Variablen.sass und so weiter. Was heißt, wir haben hier auch jede Menge Linter drin, falls ihr in Zukunft hier so irgendwelche Warnings oder sowas drin habt, seht ihr hier, wir haben hier einfach jede Menge Lint-Probleme. Das alles ist kein sonderliches Problem, wir können die später beheben. Und falls ihr wissen wollt, wie ihr die selbst editieren könnt, wie ihr das alles erweitern könnt, dann bleibt dran, weil damit legen wir jetzt los. So, wir werden jetzt als erstes oder der erste wichtige Schritt, den man im Prinzip geht bei jedem Projekt, ist ein neues Repository anzulegen. Bei meinem Fall in diesem GitHub zum Beispiel gehe ich oben auf das Plus, sage neues Repository anlegen, kann das Ganze verwenden, mache ich jetzt in diesem Tutorial nicht. Sollte jeder von euch machen, ihr solltet nur mit Git arbeiten. Irgendein Framework, GitLab, GitHub, Bitbucket, wie sie alle heißen, ganz egal, Hauptsache ihr nutzt Git. Das ist das Wichtigste, was es als Entwickler aktuell gibt, würde ich sagen. Und wenn ihr das getan habt, kommt der nächste wichtige Schritt, wir installieren Node. Der Link hier zu dieser Seite ist in der Videobeschreibung verlinkt, installiert einfach die LTS-Version, die Current, ist immer verbuggt. Was heißt, das ist einfach noch in der Entwicklung, es ist die Latest Features, aber es hat halt immer Probleme, hier steht nicht ohne Grund, recommended for most users. Was heißt, installiert oder nutzt einfach für alles, die Stable ist besser. Das hier sollte wirklich nur bewusst, wenn ihr wirklich die Latest Features ausprobieren wollt, testen wollt und so weiter, dann könnt ihr das nutzen. Ansonsten nutzt das hier, fahrt ihr definitiv besser mit. Wenn ihr das Ganze installiert habt, also ihr habt hier auf den Button gedrückt, die Installation durchgemacht, dann können wir in der Konsole, die öffne ich jetzt einfach mal, hingehen und sagen, okay, wir haben hier unsere Konsole und dann sage ich hier einfach Node-V und in dem Moment solltet ihr 12.16.3 sehen, gleichzeitig sollte npm-v ebenfalls eine Version zurückgeben und npx-v sollte ebenfalls vorhanden sein. Das heißt, diese drei Sachen brauchen wir später, deswegen habe ich das jetzt mal hinzugefügt. Das nächste, was wir brauchen neben, ja, neben unserem, wie heißt das, neben Node, ist GALB. Und zwar GALB findet ihr hier, auch der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hier steht auch nochmal beispielsweise, dass man diese Version überprüfen soll, bevor man es installiert, also check for Node, was wir gerade schon getan haben. Alles andere, was hier steht, werden wir mehr oder weniger jetzt durchkauen, deswegen scrolle ich hier nicht, falls ihr es nachlesen wollt oder weitere Informationen wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich werden wir jetzt aber weitermachen mit unserer Konsole, weil wir müssen hier jetzt einiges hinzufügen. Und zwar als erstes, wir haben jetzt npm installiert, wir haben Node installiert, wir haben npx installiert. Das nächste, was wir machen, ist, wir installieren npm install und dann minus g für global, galb minus cli. Das ist das erste, was wir installieren, damit wir galb-befehle bzw. das ganze Framework global nutzen können und nicht nur in unserem Projekt. Ihr seht hier, wir haben das ganze installiert bzw. ich habe es schon installiert, deswegen steht hier updated ein Package. Und mit cli bereinigen wir das Ganze jetzt wieder. Und das nächste, was wir machen, ist, wir geben npmx und sagen hier mkdap und sagen einfach test minus project. Das heißt, wir installieren, also erstellen jetzt einen neuen Ordner bei mir auf dem Desktop. Und der Ordner heißt test project, wenn ich jetzt enter drücke, hat er das jetzt erstellt. Ich kann mit cd test minus project in den Ordner reingehen. Ihr seht jetzt hier auch am Pfad, dass sich der geändert hat, dass jetzt hier quasi test minus project steht. Wir sagen jetzt cls, damit wir das Ganze wieder bereinigen. Und jetzt initialisieren wir neues Projekt. Das nennen wir npm i bzw. init, nicht i, npm i. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Dialog. Wir sagen jetzt, das heißt test project. Ihr könnt natürlich hier einen deutlich sinnvolleren Namen für euer Projekt vergeben. Ich vergebe hier immer gerne die Version 0.0.0, weil ich noch nichts veröffentlicht habe. 1.0 ist für mich immer die Version, die ich schreibe, wenn ich etwas veröffentlicht habe. Eine Beschreibung, eure Beschreibung, was auch immer ihr hier reinschreiben wollt. Entry Point Test haben wir eh nicht. Ein Repository ist wichtig. Hier, wie gesagt, einfach euren Repository-Link reinkopieren. Ist wichtig, hilft und sollte definitiv immer vorhanden sein. Bei uns bleibt das jetzt leer, weil ich, wie gesagt, für ein Tutorial kein Repository erstelle. Und das Nächste, wir können hier ein paar Keywords vergeben, zum Beispiel JavaScript oder was auch immer ihr in Keywords habt. Und das Ganze abspeichern. Autor ist euer Name, Schrägstrich Firma. Die Lizenz könnt ihr vergeben, machen wir jetzt nicht. Wir sagen jetzt, okay, passt das für uns. Ist nun ein Tutorial. Also ja, passt. Und in dem Moment habe ich ein neues Projekt initialisiert. Ich gebe jetzt wieder CLS ein. Was ist jetzt genau passiert? Ich habe, wie gesagt, ein neues Projekt initialisiert, ein neues Node-Package bereitgestellt. Und das Ganze können wir jetzt einfach mal öffnen. Das ist nicht sonderlich schwer. Was heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf mein Tutorial. Hier habe ich schon Visual Studio Code geöffnet. Sage jetzt hier Open Folder. Ich gehe jetzt auf mein Desktop, sage hier Test Project, installiere das Ganze. Zack. Und ich sehe jetzt hier, wir haben hier oben unsere Package-Json. Und wenn ich die öffne, seht ihr auch hier nochmal die Einstellung, die wir gerade getroffen haben. Was heißt, wenn ihr später eine neue Version habt, könnt ihr hier beispielsweise einfach ein 1 hinschreiben. Ihr könnt hier auch den Namen ändern oder alles, was hier drin steht, könnt ihr ändern und beeinflussen, so wie ihr Lust und Laune habt. Das Ganze ist nicht wirklich festgesetzt. Das Entscheidende, was die Package-Json macht, ist, sie verwaltet eure Node-Modules. Was heißt, das werden wir jetzt machen. Wir werden jede Menge Node-Modules installieren. Als Beispiel werde ich das jetzt einmal mit unserem wunderbaren GALB machen. Was heißt, ich sage jetzt npm, i, minus minus save, minus dev. Was heißt, wir wollen eine dev-Dependency installieren und sage hier GALB. Das Ganze installiert sich jetzt durch und wenn das abgeschlossen ist, werde ich euch gleich zeigen, was genau passiert, beziehungsweise was genau in Zukunft von euch verlangt wird, wenn ihr dieses Tutorial wirklich 1 zu 1 durchgehen wollt. Das wurde komplett installiert, habt ihr hier gesehen. Und wir gehen jetzt zurück in unser Repository und hier sehen wir jetzt dev-Dependencies. Das ist entstanden, weil wir minus minus save dev eingegeben haben und sehen jetzt hier GALB in der neuen Version wurde installiert. Für unser Tutorial, beziehungsweise für diese Umgebung, für dieses Package brauchen wir deutlich mehr als ein einziges Modul. Was heißt, in meinem Repository findet ihr die Package-Json. Diese Package-Json einmal öffnen und hier unten findet ihr bei dev-Dependencies alle Module, die wir brauchen. Das sind eine ganze Menge. Was heißt, ihr müsst jetzt einmal hingehen, entweder euch einfach die Package-Json von mir copy-pasten, also einmal hingehen und sagen, okay, ich kopiere mir jetzt diese ganzen Module mit STRG-C, gehe in meine Package-Json und füge die hier mit STRG-V ein, habe die jetzt alle hinzugefügt, oder ich gehe hin und installiere die einzeln nach. Beides funktioniert. Ich würde die Version empfehlen, ich kopiere mir die hier rein. Wenn ihr das nämlich gemacht habt, dann ist das schon mal gar nicht schlecht, weil dann müsst ihr nur noch in eure Konsole gehen und hier CLS eingeben und NPMI. Und dann beginnt er quasi alle Node-Modules zu installieren. Ihr seht hier schon, er fängt mit Gold-Antenn ein und fängt hier mit Core an und so weiter. Was heißt, er geht jetzt komplett durch alle einzelnen Module, die unser Package-Json hat. Was heißt, alles, was hier drin ist, wird jetzt installiert und das schreibt er hier oben in unsere Node-Json rein. Was heißt, das Ganze wird hier hinterlegt und es wird immer länger, sodass die jetzt Step-by-Step gleich alle installiert sind. Wichtig ist, wenn ihr mit einem Repository arbeitet, was ich wie gesagt gerade nicht tue, dann müsst ihr in diesem Moment, wenn ihr hier mit einem Repository arbeitet, eine neue Datei erstellen und die nennt sich .gitignore. Und wenn ihr das gemacht habt, sagt ihr slash Node-Modules und speichert das Ganze ab. In dem Moment, bei mir passiert jetzt wie gesagt nichts, müsste sich bei euch der Ordner ausgrauen. Das bedeutet, dass in eurem Repository in Git unser Node-Modules-Ordner nicht mitgeloggt wird. Das ist sehr wichtig, weil hier Tausende und Abertausende von Daten drin liegen, die echt nervig sind zu Backupen. Weil jedes Mal, wenn sich verändert, habt ihr hier in eurem Git-Commit hunderte von Dateien und sowas. Das wollt ihr einfach nicht. Deswegen sollte das immer auskopiert sein. Dasselbe machen wir hier auch für unseren Desktop-Ordner. Was heißt, damit erstellen wir später unser Zielverzeichnis, wo wir alle compilten Dateien reinschreiben. Den sollten wir später auch auskommentieren. Was heißt, das ist der nächste Schritt. Wir haben hier unsere Gitignore. Aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, schon einiges hinzugefügt. Wir haben einige Dateien installiert. Mittlerweile ist auch unsere Konsole abgeschlossen. Was heißt, es wurde alles installiert. Das hat also auch wunderbar funktioniert. Mit was machen wir jetzt weiter? Wir müssen jetzt einen GALB-Pfeil erstellen. Und das werden wir jetzt im Anschluss machen. So, unser GALB-Pfeil ist ziemlich einfach zu erstellen. Wir gehen hier einfach nur rein, sagen neue Datei und sagen hier GALB-Pfeil.js. In dem Moment habe ich eine leere in Klammern JavaScript-Datei und kann beginnen, hier Sachen zu importieren. Wir müssen eine ganze Menge importieren. Deswegen werde ich jetzt einfach mal rein copy-pasten und erklären, was genau das bedeutet. Ihr seht hier, wir haben jetzt auf einen Schlag hier eine ganze Menge Code drin. Und ihr seht schon, irgendwie kommen mir ein paar Sachen hier bekannt vor. Was heißt, wir müssen jetzt jedes einzelne Module definieren, was wir gerade installiert haben. Was heißt, GALB beispielsweise ist hier in der Package.js. Haben wir hier GALB, das importieren wir hier oben. Dann Plumber haben wir im Prinzip auch hier irgendwo müsste das stehen. Hier Plumber und dann importieren wir das. Was heißt, jeder dieser einzelnen Punkte ist im Prinzip einfach nur ein Mode-Package, was wir nutzen, um das alles umzusetzen. Was genau die können, werde ich gleich Step-by-Step erklären. Wenn wir sie halt verwenden, was heißt, ich habe die hier auch so ein bisschen sortiert. Nämlich einmal hier oben alles Wichtige, zum Beispiel GALB, damit läuft halt alles. Das ist unser Task-Runner, der für uns später Aufgaben, wiederholte Aufgaben ausführt, damit wir sie nicht machen müssen. Dann Plumber ist im Prinzip einfach fürs Error-Handling, sodass unsere Pipelines weiterlaufen, auch wenn Fehler gefunden werden und so weiter. Rename kann Dateien neu benennen, was heißt, wenn wir beispielsweise aus vielen JavaScript-Dateien eine neue JavaScript-Datei machen, die minifiziert ist, können wir das .min damit hinterherhängen und so weiter. Browser-Sync ist dafür da, dass sich automatisch diese Seite, die wir gleich bauen werden, refreshed, was heißt in dem Moment, wenn wir etwas ändern, soll die sich automatisch aktualisieren, ohne dass wir das tun müssen. Das Schöne ist, das funktioniert auch beispielsweise, wenn ihr auf eure Seite mit dem Tablet drauf geht, sodass ihr, wenn ihr eine Seite baut, wirklich nur ein einziges Mal das Ganze öffnen müsst. Dann haben wir das hier, das ist im Prinzip auch für Error-Handling und hier unten haben wir Source-Map, dafür, dass wir beispielsweise komprimierte SAS-Dateien und so weiter wieder aufschließen können. Das ist einfach, zeige ich später, was das genau macht, ist sehr, sehr praktisch und sollte definitiv hinterlegt werden. Dann haben wir ein paar Dateien zu SAS, eine zu HTML und ein paar Dateien für JavaScript und hier unten zwei Pfade haben wir definiert. Einmal dist, das sollte ich hier vielleicht nochmal in dist ändern. So, das haben wir jetzt abgespeichert und haben jetzt hier unsere beiden Pfade, was heißt damit, die werden wir sehr oft verwenden, deswegen habe ich die hier schon als Variable definiert. Ist nicht sonderlich wichtig, eigentlich braucht ihr nicht, ich finde es einfach nur sehr praktisch. Grundsätzlich, wenn wir das Ganze jetzt so haben, können wir das abspeichern und ich öffne jetzt hier unten, indem ich das einfach hochziehe in Visual Code, meine CMD-Konsole, damit ich im Prinzip hier später sowas eingehen kann wie GALB, weil dann müsste jetzt im Hintergrund beispielsweise etwas passieren. Wir sehen hier, aber es ist kein Tast definiert mit Default, noch gar nichts, was heißt, er bezieht sich zwar schon auf unser GALB-Pfeil, aber hier ist noch nichts definiert. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist in irgendeiner Form mal Tasks zu definieren. In unserem Fall wollen wir einige verschiedene Tasks später nutzen und ich schreibe jetzt hier unten einfach mal hin, Default Function für GALB, das ist in unserem Fall Export Punkt und dann sagen wir hier Default und unsere Default Function wird später Bild sein. Was unsere Bild Function ist, werde ich jetzt hier schreiben und zwar JustBuildsProject und hier sage ich eine Funktion, die heißt Bild und ist GALB Punkt und dann Series, Klammer auf und hier werden später unsere Funktionen ausgeführt, die wir ausführen wollen. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und hier unten nochmal GALB eingeben, dann sehen wir in dem Moment, dass das Ganze durchläuft bzw. hier ein Fehler läuft und zwar funktioniert hier irgendwas noch nicht, wir haben halt noch nicht wirklich was ergeben. One or task should be combined using Parallels, was heißt, wir haben hier noch nichts definiert. In unserem Fall wollen wir jetzt einfach damit mal anfangen, eine HTML-Datei zu definieren. Was heißt, wir haben hier unser Projekt an der Seite und ein gutes Projekt besteht aus Source-Files, deswegen erstellen wir uns einen neuen Ordner, sagen SRC, also für Source und sagen hier eine neue Datei, wollen wir hier drin erstellen, sagen wir Index.html. Diese Index.html sagen wir Index.html, zack, ein bisschen Boilerplate-Code, was heißt, das Ganze ist jetzt erstmal fertig. Wir haben hier eine Index.html, schreiben in unseren Body noch ein bisschen was rein, speichern das Ganze ab und das liegt jetzt hier drin. Wir können das aber nicht aufrufen, das wollen wir gerne tun, was heißt, wir wollen aus unserer Index.html später einmal dafür sorgen, dass wir in unserer Datei keine Kommentare mehr drin haben, beispielsweise haben wir ja in unserer Entwicklungsumgebung, wenn ihr richtig schön einen sauberen Code geschrieben habt, stehen hier jede Menge nützliche Informationen drin, manchmal mehrere Zeilen für eine Zeile Code, was auch immer das bedeutet, aber eure Kommentare müssen ja nicht später mit in dem fertigen Projekt liegen und die wollen wir entfernen. Wir wollen beispielsweise ungenutzte Attribute entfernen, Whitespace, wir wollen einfach der Ordnung halber unsere Klassen alphabetisch sortieren, die wir unseren Attributen mitgeben und das alles wollen wir tun und das machen wir jetzt mit GALB. Was heißt, das lasse ich mal drin, ich schreibe jetzt hier nochmal einen neuen Div-Ordner, dieser Div-Ordner hat die Klasse A, aber auch die Klasse B und dann kommt die Klasse A und dann kommt die Klasse C und H. Was heißt, wir haben hier fünf Klassen vergeben und wir haben hier beispielsweise auch noch ein Attribut, das heißt Style, das nutzen wir gerade gar nicht. Wir haben hier hinter einfach ein paar Leerzeichen, also Whitespace und ja, keine Ahnung, hier unten haben wir auch noch irgendwie ein paar Zeilen leer. Das Ganze speichern wir jetzt ab, passiert erstmal nichts, ist noch nicht weiter verwunderlich, weil wir in unserem GALB-Fall ja noch überhaupt nichts definiert haben, was das irgendwie machen kann. Weil das, was wir jetzt brauchen ist, eine Funktion, die hat die Aufgabe compile.html to minify.html. Das heißt, wir machen jetzt eine neue Funktion, diese Funktion heißt html, hat keine Variablen und hat einfach nur die Aufgabe, unseren Code zu minifizieren. Dafür sagen wir return galb.src, was heißt, wo liegen unsere Dateien, die wir finden wollen, beziehungsweise die wir komprimieren wollen und verändern wollen. Die liegen hier in unserem src-Ordner. Deswegen habe ich das vorhin schon gemacht, was heißt, ich sage jetzt hier, okay, wir haben ja unseren Ordner, also unseren Pfad, der heißt src und hier wollen wir im Anschluss einfach nur sagen, slash alle, egal wie die genannt sind, .html-Dateien wollen wir ansprechen und verändern und in unserem Fall wollen wir die als erstes einfach mal wegspeichern. Was heißt, wir wollen die in unserem galb.dest, Klammer auf und hier sagen wir ebenfalls eine Variable und zwar sagen wir hier dest und wir wollen die jetzt einfach da drin abspeichern und zack, fertig. Und diese html-Datei soll jetzt oder diese html-Funktion soll ausgeführt werden, immer wenn ich Bild eingebe. Was heißt, ich bereinige das hier unten mal eben, sage galb und in dem Moment sollte das jetzt durchgeführt werden. Ihr seht hier, er hat default gestartet, hat html gestartet, hat html nach 16 Millisekunden gefinisht und im Anschluss halt default gefinisht. Ihr seht, hier oben habe ich jetzt einen neuen DEST-Ordner. In diesem DEST-Ordner liegt mein Index html. Die sieht halt genauso aus wie mein Ursprungsindex html. Das soll später nicht der Fall sein. Was heißt, wir haben jetzt erstellt, dass ein html-Call durchläuft, also dass ein Pipeline durchläuft und jetzt können wir anfangen, das zu verändern. Das erste ist, wir starten Plumber. Was heißt, wir sagen hier pipe und hier drin sagen wir Plumber, Klammer auf. Und das ist, wie gesagt, haben wir hier oben hinzugefügt und können das jetzt hier ohne weiteres verwenden, indem wir das hier unten im Prinzip aufrufen sollte, wenn hier irgendwo Fehler auftauchen, unsere Pipeline nicht abbrechen. Das nächste, was wir brauchen, wir haben hier oben ja einen html-Bereich. Hier haben wir nur html-Min. Das kopiere ich mir jetzt. Sage hier unten Punkt, pipe, Klammer auf. Sage hier html-Min, Klammer auf, geschweifte Klammern auf, Leerzeichen. Und kopiere mir jetzt als erstes mal rein. Wir wollen remove comments. Was heißt, das setzen wir auf true, speichern wir ab. Sagen hier einmal galb. Lassen das durchlaufen. Und jetzt gehen wir auf unsere komprimiertes Datei. Und hier fehlt unser Kommentar, obwohl er hier noch da ist. Was heißt, das funktioniert schon mal. Sehr gut. Dann wollen wir html5 verwenden. Machen wir auch. Zack. Sollte sich jetzt theoretisch nichts verändern, weil ich das, sollte immer noch html5 sein. Wenn da irgendwie Alternativen herrschen oder ersetzen, solltet ihr das jetzt komprimieren und verbessern. Das nächste, was wir machen, ist, wir sagen, remove empty attributes. Speichern wir ab, zack, lassen das wieder durchcompilen. Und in dem Moment haben wir hier Style fehlt, obwohl Style hier noch drin ist, weil es ist leer, hat damit keine Wirkung und ein sinnloser Code. Deswegen wollen wir das entfernen. Außerdem sagen wir, wir wollen noch ein paar mehr Sachen entfernen, wie beispielsweise, wir wollen remove whitespace. Wir wollen die sortieren, also wir wollen die Attribute sortieren und wir wollen die Klassen sortieren. Das Ganze speichere ich jetzt ab, lasst durchlaufen. Und in dem Moment sind beispielsweise hier unsere einzelnen Punkte sortiert. Das funktioniert schon wunderbar. Und wir können das jetzt im Prinzip so schon gar nicht schlecht verwenden. Allerdings haben wir hier irgendwo noch einen kleinen Fehler. Natürlich, ich habe den wichtigsten Befehl vergessen, war ja klar. Und zwar sage ich jetzt hier Collapse Whyspace. In dem Moment, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, rennt er wieder durch. Und in dem Moment sieht unsere HTML-Datei so aus. Was heißt, er hat alles entfernt, was nicht irgendwie notwendig ist. Und das Ganze wird jetzt schön zusammengedrückt auf eine Zeile Code. Ihr seht auch hier, wir haben nur noch eine Zeile Code. Das heißt, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Unser HTML wird quasi jetzt korrekt minifiziert und verändert, sodass am Ende was Sinnvolles dabei rauskommt. Aber das ist natürlich nicht alles. Nummer eins, wir wollen ja nicht nur HTML verwenden, sondern vor allem auch sowas wie Sass. Und deswegen legen wir jetzt in unseren Source-Ordner ein neues Verzeichnis an. Das nennen wir Sass. In unserem Sass-Verzeichnis haben wir einmal eine main.sass. Und in dem Fall vielleicht auch noch eine neue Datei unterstrich var.sass für die Variablen beispielsweise. Das Ganze können wir jetzt hier oder haben wir jetzt wunderbar hinterlegt. Wir sagen jetzt hier in unserer Variablen.sass haben wir Body. Und hier haben wir Background-Color. Und Background-Color sagen wir jetzt in unserem Fall ist einfach mal FF, 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 0, 0. Das heißt einfach gelb. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und unsere main.sass sagen wir Import.sack, var. So, das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Fall haben wir unsere Variable Sass in unsere main.sass importiert. Und können das Ganze mal schließen, weil das soll ja erstmal nur ein Test sein. Und was wir auch noch machen müssen, ist, das können wir schließen. Wir gehen in unsere Index HTML. Und hier oben im Titel füge ich jetzt einfach mit Link CSS und sage, wir wollen Punkt, zack, im Prinzip von unserer Index HTML wollen wir in CSS gehen, zack und sagen hier, wir nennen das jetzt mal Style.min.css aufrufen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hiermit compile, dann compile der mir hier wieder meinen Index HTML los. Ich habe auch hier oben jetzt korrekt das drin verlinkt. Wenn ich jetzt auf meine Seite gehe, beziehungsweise diese Datei im Browser öffne, dann ist die weiß. Wir können hier auch auf Untersuchen gehen und werden hier einen Fehler angezeigt bekommen. Was heißt, er findet meine min.style.css nicht. Was heißt, er findet die nicht, weil einfach im Prinzip die Datei nicht existiert. Hier in diesem Verzeichnis liegt keine Datei drin. Und das müssen wir jetzt als erstes machen. Wir gehen jetzt hier also raus und sagen, okay, wir brauchen eine neue Funktion. Compile.sas zu CSS. Dann sagen wir, zack, CSS, eine neue Funktion. Zack. Und hier drin machen wir jetzt einiges dasselbe. Was heißt, ich kopiere mir jetzt einfach mal diesen Bereich hier unten, füge den hier hinzu. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben, mache ich das mal klein. Und das hier unten mache ich auch noch ein Stück kleiner. So, das, was wir nicht mehr brauchen, ist dieses hier. Und wir wollen ja in Zukunft hier oben im Prinzip alle Pfeile, die in unserem Sass-Verzeichnis sind. Und hier gegebenenfalls in allen Unterverzeichnissen. Und dann egal, wie die heißen. Und wenn die mit Sass enden, wollen wir ansprechen. Und später wollen wir die hier in Slash-CSS abspeichern. Also in einem neuen Verzeichnis. Wir starten auch hier Plumber. Allerdings machen wir jetzt direkt weiter mit deutlich mehr Pipeline-Funktionen. Und zwar das Erste, was wir machen, ist, wir lassen einen CSS-Linter durchlaufen. Was heißt, das kopiere ich mir auch mal kurz einfach hier rein, weil ich es einfach keine Lust habe, das zu schreiben. Und zwar sagen wir CSS-Lint. Hier sagen wir Formatter-Stylish. Was heißt, wir wollen, dass das alles sauber hier unten in der Pipeline angezeigt wird. Hier habe ich ein paar Rules definiert. Die könnt ihr ganz weglassen oder ihr könnt sie verändern, wie ihr wollt. Beispielsweise sage ich, es dürfen keine IDs verwendet werden. Es darf oder es muss kein Final-Whitespace sein. Und wie gesagt, ihr könnt das hier verändern, so wie ihr Lust und Laune habt. Und das wird euch einfach nur euren Code linden in dem Moment, wenn ihr die CSS-Funktion aufruft. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir formatieren unseren CSS-Code einmal dementsprechend. Dementsprechend sagen einfach CSS-Lint und dann Format. Die beiden Sachen haben wir hier oben einfach schon hinzugefügt. Das liegt hier beides drin. Was heißt, das können wir damit wunderbar aufrufen. Das Ganze hilft uns jetzt aber noch nicht so richtig, weil wir haben immer noch Sass-Code. Wir wollen aber keinen Sass-Code, sondern wir wollen CSS-Code, der von einem Browser gelesen werden kann. Um das zu ermöglichen, machen wir jetzt im Prinzip erstmal eine Source-Map. Beziehungsweise, das wollen wir noch nicht. Wir sagen jetzt erstmal, wir wollen das Ganze einfach nur zu Sass-Pipeline durchführen, dass das Sass am Ende dabei rauskommt. Das Ganze können wir ganz einfach machen. Wir sagen jetzt hier drunter, zack, compile Sass zu CSS. In unserem Fall soll, was ist hier für ein Fehler? Ich habe hier natürlich nicht alles mit rüberkopiert, selbst schuld. Und zwar sage ich jetzt hier, wir rufen die Sass-Funktion auf, die wir hier oben ebenfalls verlinkt haben. Und sage jetzt hier, okay, wir wollen das Ganze synchronom ausputten mit Output-Style Compressed. Und wenn irgendwie Error passieren, dann sollen wir auch mit dem Modul einen Error-Log durchführen. Das müssen wir machen, damit Plumber-Schredita richtig funktioniert, sonst werdet ihr die Fehler ausgegeben bekommen. Wenn ich das Ganze jetzt hier habe und hier GALB eingebe, wird erstmal nichts passieren, weil wir unser CSS hier oben noch nicht verlinkt haben. Das wollen wir hier unten bei Bild ebenfalls ausführen. Das Ganze speichere ich jetzt ab, führe einmal GALB aus. Ups, hier unten. Und ihr seht jetzt, CSS ist durchgelaufen. Und ihr seht hier, dass wir beispielsweise hier zwei Probleme haben. Keine Error, aber zwei Warnungen. Was heißt, hier steht beispielsweise Color Literal, such as, was wir vorhin da reingeschrieben haben, should only be used in Variables Declarations, no Color Literals. Was heißt, Sass verlangt eigentlich, dass ich jetzt beispielsweise für meinen Farbcode sowas mache wie, ich schreibe hier oben Yellow, Doppelpunkt, und schreibe das hier da oben rein. Und vergebe dann hier unten Yellow. Und in dem Moment kann ich jetzt hier einfach GALB aufrufen und sollte jetzt eigentlich nur noch einen Fehler sehen. Beziehungsweise, nee, ich kriege direkt den nächsten Fehler. Die sollten shorted sein, was heißt, theoretisch sollte ich ja auch mit dem Code GALB sehen. Und wenn ich das jetzt eingebe, ja, jetzt sehen wir nur noch einen Fehler, beziehungsweise eine Warnung. Und so lässt der Linter euch im Prinzip hinweisen darauf, dass ihr keinen guten oder fehlerhaften Sass-Code geschrieben habt. Prinzipiell ist das schon mal nicht schlecht. Was heißt, wir sehen jetzt hier oben unseren CSS-Ordner. Hier haben wir eine Main.css, wo alles wunderbar drin verlinkt ist. Allerdings haben wir jetzt Probleme. Und zwar, wenn ich jetzt hier raufklicke, beziehungsweise wenn ich das hier aktualisiere, haben wir hier immer noch Main.css. Ups, so, haben wir hier immer noch Main.css, aber wir rufen im Prinzip ja in unserer Index.html nicht die Main, sondern Style.minten auf. Und das können wir, ja, verändern, wenn wir wollen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar haben wir dafür ja eine Pipeline-Funktion, die nennt sich, hier oben haben wir die verlinkt, die nennt sich Rename. Dieses Modul ermöglicht es uns, komprimierte Dateien umzubenennen. In unserem Fall gehe ich jetzt hier unter, nach unserer Pipeline, wo wir das Ganze von CSS zu CSS kompiliert haben und sagen, okay, wir fügen jetzt ein Suffix hinzu. Das ist in unserem Fall, sagen wir Suffix Min, das ist ein nach dem eigentlichen Namen, schreiben wir Punkt Min hin. Und als Basename sagen wir nicht Main, sondern Style. Das Ganze speichere ich jetzt ab, gehe mal hier rein, lösche einfach mal kurz unseren Desk-Ordner raus, sage jetzt hier unten wieder Galp, führe das einmal aus. Was heißt, es läuft jetzt wieder durch, habe ich hier oben wieder neuen Ordner, habe hier CSS, habe hier jetzt aber die Style.min.css. Und wenn ich jetzt hier einmal kurz aktualisiere, sehen wir, es ist jetzt auch gelb. Was heißt, unsere CSS-Datei funktioniert. Allerdings haben wir hier jetzt ein Problem, wenn ich hier beispielsweise mal die Konsole öffne und hier in Elemente reingehe und auf unseren Body klicke und das hier unten ein bisschen hochziehe, dann sehen wir hier, unser Farbcode, der gelbe Farbcode, kommt aus Style.min.css. Wenn wir hier draufklicken zum Debuggen, sehen wir das, bei einem Befehl nicht sonderlich komplex. Wenn ihr aber ein paar hundert Zeilen CSS habt oder hier zwei Dutzend Sass-Files, dann wird es irgendwann blöd zum Debuggen. Und genau dafür brauchen wir Source Maps. Was heißt, wir gehen jetzt wieder in unser Galp-File, sagen hier oben, bevor wir beginnen, das zu compilen, sagen wir, zack, wir wollen eine Source Map initialisieren. Und bevor wir beginnen, das Ganze in unsere Ziel-Destination zu schreiben, sagen wir, wir wollen unsere Source Map in dasselbe Verzeichnis quasi reinschreiben. In dem Moment speichere ich das Ganze einfach mal ab, lasse das Ganze nochmal durchcompilen. Und in dem Moment haben wir hier eine neue Datei, die heißt style.css.min.css.map. Wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal aktualisiere, dann sehen wir hier, unser Body und diese Variable kommt aus unterstrich variable.sass. Und das hilft euch beim Entwickeln eurer Software enorm. Was heißt, wenn ihr jetzt debuggen wollt, wisst ihr, okay, dieser Fehlercode kommt aus dieser Sass-Datei. Hier kann ich das ändern und ich weiß, ich muss nicht in Main gucken oder so. Deswegen sollten Source Maps immer vorhanden sein, weil es einfach euch das Debug-Live quasi viel, viel, viel leichter macht. Grundsätzlich müssen wir jetzt noch etwas machen und zwar CSS, eine kleine Hilfe quasi. Und da sagen wir, wenn das Ganze compiled ist zu CSS und wenn das Ganze renamed ist, dann wollen wir das Ganze auch noch mit Post-CSS und CSS-Nano-beziehungsweise Auto-Präfixer, wollen wir das ein bisschen verbessern und in dem Moment, wenn ich das jetzt ausführe, läuft er hier wieder durch, erstellt mir das hier neu und in dem Fall verändert er jetzt nichts. Aber theoretisch würden die beiden Module euch beispielsweise Auto-Präfixe, sowas wie Webkit, MS und so weiter, selbstständig hinzufügen, ohne dass ihr das tun müsst. Er spart eine Menge Arbeit, ihr müsst da nämlich nicht mehr dran denken. Deswegen sollte das auch auf jeden Fall vorhanden sein. Und das Einzige, was wir jetzt später noch brauchen, was heißt, wir schreiben hier erstmal einen netten Kommentar mit hinzu, ist hier unten drunter, kommt später einen Page-Reload. Was heißt, wenn ihr CSS verändert habt, wollt ihr ja in dem Moment, wenn man STRG-S drückt, dass sich die Seite aktualisiert. Und das machen wir jetzt als erstes. Dafür brauchen wir nämlich zwei zusätzliche Funktionen. Nämlich einmal brauchen wir eine sogenannte Reload-Funktion. Die ist ziemlich simpel und zwar heißt die einfach nur Reload. Und die stelle ich mal kurz. Zack. Und die basiert auf diesem Plugin. Heißt Browser-Sync. Das wurde hier oben schon erstellt. Und Browser-Sync starten wir hier jetzt einfach. Bei Reload sollte Browser-Sync, Punkt. Und dann sagen wir einfach Reload, Klammer auf. Und fertig. Und hier unten sagen wir dann, Klammer auf, fertig. In dem Moment, wenn wir diese Funktion also ausführen, wird einmal ein Reload von dem Browser-Sync, also von unserem Server hier durchgeführt. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir brauchen eine Serve-Funktion, die uns zu Beginn, wenn wir beispielsweise eine Entwicklungsumgebung starten, also keinen eigentlichen Web-Server, sondern nur eine Entwicklungsumgebung, das Ganze einmal hochfährt. Dafür brauchen wir auch wieder Browser-Sync und initialisieren das mit Init, Klammer auf, geschweifte Klammer auf. Hier sagen wir jetzt Server, zack, und sagen Base-Directory. Und hier können wir jetzt einfach hingehen und unser Dest verlinken, zack, weil hier ist später unsere Directory. Der soll ja diese Index als Basis nehmen und das später im Prinzip hosten. Auch hier müssen wir das Ganze dann später beenden. Unter Browser-Sync könnt ihr, wenn ihr da in die Dokumentation geht, ebenfalls unter der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auch sowas machen, wie beispielsweise den Port ändern. Standardmäßig ruft der Port 3000 auf, das lasse ich jetzt erstmal so und speichere das Ganze ab. Grundsätzlich passiert jetzt noch nichts, wenn wir hier GALB angeben, passiert immer noch nicht mehr als vorher, was heißt, wir sehen hier keinerlei Veränderung. Was wir allerdings haben wollen später, irgendwo habe ich jetzt, glaube ich, GALB hingeschrieben, oder? Nö, alles richtig. So, und zwar wollen wir, wie gesagt, eine Watch-Funktion bauen. Das Ganze können wir mit Slash-Slash sagen, hier einfach mal kurz, ja, einen kleinen Kommentar rein, den kopiere ich mir mal eben hier, zack, und fertig. Und das nächste Mal machen wir eine Funktion, die nennen wir Watch. Diese Funktion soll einfach aufgerufen werden, was heißt, kriegt keine Parameter, und basiert auf GALB.watch, was heißt, das ist eine Standard-GALB-Funktion, und die basiert auf zwei Werten, nämlich einmal, welche Dateien überwacht werden. Die kommt gleich in diesen Array rein. Und danach sagen wir .GALB.series, was heißt, eine Reihe Funktionen, die wir ausführen wollen, jedes Mal, wenn unsere Watch-Funktion verändert wird. In unserem Fall ist das einmal, wollen wir sagen HTML, und CSS soll neu compiled werden, und gleichzeitig wollen wir sagen Reload, das heißt, die Funktion, die wir ja hier oben definiert haben, wollen wir ausführen. Was heißt, das Ganze sollte ausgeführt werden, jedes Mal, wenn etwas passiert. Allerdings weiß jetzt unser Programm, also GALB, noch gar nicht, wann etwas ausgeführt werden soll. Dafür sagen wir jetzt hier Anführungszeichen, zack, und sagen hier src, und jetzt zum Beispiel hier hinter sass, slash, zack, 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 Punkt, sass, was heißt, wir gehen in unseren sass-Verzeichnis rein, hier in alle Unterverzeichnisse und alle sass-Dateien, und jedes Mal, wenn das verändert werden soll, soll jetzt quasi diese Funktion oder diese drei Funktionen hier unten aufgerufen werden. Aktuell wird es noch nicht wirklich aufgerufen, das heißt, wir definieren uns hier noch einen neuen Task, und zwar einen sogenannten Dev-Task, das heißt, das nenne ich einfach so, indem wir jetzt einiges definieren, und zwar sagen wir auch hier, wir sagen eine neue Funktion, diese Funktion heißt Dev, startet eine GALB-Series, also eine Reihe von Funktionen. In unserem Fall sagen wir als erstes, wollen wir unseren Server starten, was heißt unsere Serve-Funktion, dann wollen wir HTML und CSS, beziehungsweise wir machen unsere Serve-Funktion am Ende, was heißt erst HTML, dann CSS, dann Serve, und dann am Ende sagen wir Watch. Was heißt, wenn wir unseren Dev-Task starten, soll auch unsere Watch-Funktion gestartet werden, und jetzt können wir hingehen und unsere Default-Funktion hier unten etwas erweitern, und zwar sagen wir jetzt, wir exportieren die Dev-Funktion, wir exportieren die Bild-Funktion, und wir exportieren die Default-Funktion, was heißt, wenn ich jetzt hier unten hingehe und sage, geil, Dev, rufe ich unsere Dev-Funktion aus, starte damit automatisch, seht ihr hier, CSS, unseren Watch, was heißt, wir haben einen Server gestartet, der hat sich jetzt natürlich in einem anderen Fenster geöffnet, war ja klar, habe jetzt hier ein neues Verzeichnis drin, und wenn ich jetzt hier reingehe und beispielsweise die Hintergrundfarbe Änder und Speicher, dann wird hier automatisch aktualisiert, ihr habt hier gesehen, es wird neu compiled, ich kriege hier wieder meinen einen Fehler, was heißt, ich habe hier irgendwo No-Tailing-Whitespace allowed, was heißt, ich muss das wahrscheinlich rauslöschen, jetzt soll das glaube ich weg sein, ja, es gibt keinen Flint-Fehler mehr, und hier wurde es aktualisiert, was heißt, ich kann jetzt hier auch wieder reingehen, das Ganze abspeichern, und zack, hat wunderbar funktioniert, und wir haben jetzt unsere Watch-Funktion. Das Ganze funktioniert, wenn ich jetzt hier etwas in unserer Index-HTML verändere, beispielsweise hier irgendwas reinschreibe und abspeichere, passiert es nicht, und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, wenn wir hier in unsere GALB-Function nochmal gehen, haben wir hier oben in dem Array ja bisher nur unsere SAS-Dateien drin, was heißt, das erweitern wir jetzt, erweitern wir jetzt einmal mit Komma, das heißt zweimal, und zwar sagen wir einmal, möchten wir gerne hier auf der obersten Ebene einfach nur alle HTML-Dateien ansprechen, und für die Zukunft wollen wir das ebenfalls in unserem JS-Ordner und für alle JS-Dateien machen. Dafür haben wir aktuell noch keine Datei, also keine Funktion, das werden wir gleich noch machen. Das Ganze speichere ich jetzt erstmal ab, drücke hier unten wieder STRG-C, sage J, beende das einmal, dass wir hier wieder eine saubere Konsole haben, gebe ich hier GALB-DEV ein, und in dem Moment compilet er uns das durch, und jetzt, da wir ja unsere HTML-Dateien auch überwachen, kann ich hier etwas reinschreiben, speichere das Ganze ab, und ihr seht hier, das Ganze wurde wunderbar hinzugefügt. Das, was wir jetzt im Prinzip noch machen müssen, ist hier oben das Ganze ein bisschen optimieren, was heißt, wir wollen das Ganze streamen, und das Ganze können wir ganz einfach machen, indem wir das hier hinzufügen, einfach mit Pipe, Browser-Sync und Stream, und in dem Moment macht er das ein bisschen performanter, und das Ganze funktioniert deutlich effizienter, ohne dass halt jedes Mal ein kompletter Reload, der, ja, durchgeführt wird quasi. Allerdings ist es soweit ganz praktisch. So, wie ihr seht, haben wir jetzt CSS-Dateien, die funktionieren wunderbar, wir haben hier auch wunderbar kompilierte HTML-Dateien, das funktioniert auch super. Was uns jetzt noch fehlt, sind JavaScript-Dateien, was heißt, in meinen Tutorials geht es viel um JavaScript, deswegen kommen wir nicht um zu, eine JavaScript-Funktion auch hier zu implementieren, und das Ganze wird jetzt gleich erstellt, was heißt, wir brauchen hier einen neuen Ordner, den nennen wir JavaScript, haben hier beispielsweise eine neue Datei, die nennen wir main.js, und wir haben natürlich in unserer Index-HTML hier unten im Body auch ein Script-Tag, Script-Src, hier sagen wir .slash.js slash main.min.js. Das Ganze speichern wir jetzt ab und fügen wir hinzu, es wird jetzt neu compiled, hat wunderbar funktioniert, allerdings kriegen wir, wenn wir hier eine Konsole eröffnen, definitiv einen Fehler ausgegeben, was heißt, er findet meine main.min.js nicht, das ist ja auch korrekt so, weil wir haben ja auch keine, hier oben existiert hier keine. Und das Ganze werden wir jetzt anlegen, um das Ganze zu überprüfen, sage ich jetzt hier console.log, sage jetzt hier einfach mal test, was heißt, wir wollen ja später sehen, ob unsere main korrekt verlinkt ist, sodass wir das auch sehen können, und jetzt brauchen wir als erstes eine neue Funktion. Und die sieht ähnlich aus wie unsere HTML- bzw. CSS-Funktion, das heißt, wir haben eine neue Funktion, die heißt Script. Script soll ausgeführt werden, jedes Mal, wenn das Ganze gebildet wird, was heißt einmal hier unten, auch wollen wir CSS beim initialen Bild ausführen, und wir wollen die Script-Funktion jedes Mal ausführen, wenn irgendwo eine JavaScript-Datei oder irgendwas verändert wird. Ihr könnt diese Watch-Datei natürlich auch auslagern, dass ihr beispielsweise nur die CSS-Funktion ausführt, jedes Mal, wenn irgendwas ausgeführt wird. Wie gesagt, ich finde das so prinzipiell gar nicht schlecht. Hier unten können wir jetzt hingehen und machen im Prinzip genau dasselbe wie hier oben. Das kopiere ich mir einmal komplett, füge das hier unten ein, lösche die Sachen hier in der Mitte raus, sage hier, wir wollen JavaScript, und zwar nicht nur JavaScript, sondern im JS-Ordner und allen Und-Ordner jede JavaScript-Datei und sage, ich möchte das Ganze nicht in unseren Test-Ordner, sondern hier in JS speichern, speichere das Ganze ab, beende unsere GALB-Funktion, starte GALB neu. In dem Moment startet sich das natürlich alles wieder in einem neuen Tab, das heißt, ich muss das wieder hier rüberziehen. Und in dem Moment, wenn wir das hier ausgeführt haben und uns hier unsere Main-Sass einmal ausgeführt haben, sehen wir hier, es hat auch neu geladen. Allerdings hat hier irgendetwas noch nicht funktioniert. Was heißt, unsere Skript-Funktion wurde hier zwar geführt, aber wurde hier noch nicht weggespeichert. Warum ist das so? Weil wir hier Ja reingeschrieben haben. Das ist natürlich selten dämlich. Was heißt, nochmal ausführen, nochmal starten und in dem Moment haben wir hier unseren JS-Ordner, haben hier unsere Main-Sass, die Main-JS, die genauso aussieht wie unsere normale JS. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was erweitern. Und zwar als erstes erweitern wir unseren Plumber. Unser Plumber erweitern wir mit G-Unit, was heißt, wir sagen hier einfach, wir wollen Error-Messages locken, damit unsere Pipeline nicht abstürzt. Dafür nutzen wir jetzt im Prinzip dieses Plugin und halt Plumber. Und das ermöglicht uns einfach nur das Durchführen von Problemen, wenn wir irgendwie in eine Geschichte reinlaufen. Das nächste, was wir machen, ist dasselbe über CSS. Deswegen kopiere ich mir das einfach ein, ohne viel zu erklären. Wir erstellen auch hier eine neue Source-Map. Was heißt, wenn ich hier zehn verschiedene JavaScript-Dateien habe, wie zum Beispiel ein Slider, ein Menü und so weiter, seht ihr später, aus welcher Datei euer Code stammt, der Fehler verursacht. Und natürlich müssen wir auch hier unsere Source-Map am Ende wieder hinzuschreiben. Was heißt, bevor wir das Ganze abspeichern, soll es halt auch hinzugeschrieben werden. Auch, was wir machen wollen, wir wollen am Ende unsere Datei umbenennen. Was heißt, wir haben hier hier unsere Main.sas. Wir können die auch beispielsweise Global.sas, äh, Global.min.js nennen. Und hier sagen wir, Basename ist jetzt Global und dann Suffix ist Min. Was heißt, wenn wir das Ganze abspeichern und hier beenden und das Ganze mal ausführen, sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt hier unsere Global.min und auch hier eine Map. Was heißt, wir haben hier eine Map und wir haben hier die Global.min. Was heißt, das funktioniert wunderbar und hilft uns schon mal, das Ganze ein bisschen zu managen. Grundsätzlich werdet ihr bei JavaScript, wie schon gesagt, häufig die Situation haben, dass wir einen neuen File haben, beispielsweise nav.js ist ein File. Hier steht auch ein console.log drin mit nav. So, wir haben jetzt zwei Dateien und wir wollen aber später nur eine Datei verlinken. Das soll alles schön zusammengeschrieben werden und um das zu tun, gibt es ein Modul, das nennt sich concat. Und nachdem wir unser Source initialisiert haben, rufen wir diese Funktion auf, heißt concat, haben wir ebenfalls hier oben verlinkt. Das ist auch ein ganz normales GALP-Modul und wir sagen, er soll jetzt einfach in unserem Verzeichnis alle JavaScript-Dateien nehmen, die es gerade im Log hat quasi und das alles in der concat.js zusammenschreiben. Im Anschluss daran nutzen wir Babel, weil wir nutzen auch in Zukunft in meinen Tutorials häufig eher 6, was heißt Funktionalitäten, die nicht ganz normal JavaScript sind. Das heißt, als nächstes gehen wir hin und sagen, mit Babel wollen wir aus unserer concat.js lesbaren, normalen JavaScript-Code machen. Dann finde ich es persönlich immer sehr wichtig, einen Lint dazu haben, das heißt, wir sagen hier, wir rufen ganz normal JS hint auf, ist auch wieder hier oben eine ganz normale Modul, verlinken wir einfach nur und sagen, wir wollen uns das Ganze, wenn wir irgendwo Lint-Probleme haben, uns zeigen lassen. Und wir sagen jetzt, in dem Moment wollen wir auch einen Reporter haben, weil wir wollen uns das anzeigen lassen. Was heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise jshint-reporter, jshint-stylish. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Ich aktualisiere das Ganze mal, sage galb-dev. Und in dem Moment haben wir jetzt hier unten, sind wir durchgelaufen. Das Ganze hat sich neu gestartet, natürlich wieder in einem neuen Tab. Und wenn ich jetzt hier drin bin, sehen wir, dass auch unsere beiden Sachen durchlaufen. Und wir sehen auch hier, das kommt aus der main.js und das kommt aus der nav.js. Was heißt, auch unsere Source-Maps funktionieren wunderbar. Und wir können jetzt damit schon eine ganze Menge machen. Und wenn ich beispielsweise jetzt hier irgendwie sowas drin habe, wie ich habe im Anführungszeichen vergessen, dann sollte mir normalerweise der Linter anschlagen. Natürlich tut er das nicht, weil er nicht passend genug eingestellt ist. Beziehungsweise, es ist einfach kein Fehler. Interessant. Ah, jetzt kommt es. Jetzt kommt hier nämlich im Prinzip unser unexpected change. Was heißt, wir sehen hier, dass irgendein Fehler existiert. Können das Ganze speichern und immer verändern. Funktioniert wunderbar. Das heißt, unsere Pipeline stürzt nicht ab, wenn wir einen JavaScript-Fehler reinprogrammieren, sondern sagt uns einfach, wo dieser Fehler liegt. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir können jetzt aber noch weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere global min, aber die ist halt noch einfach zusammengeschrieben, nicht wirklich minifiziert. Und das machen wir ganz einfach mit Browserify. Als erstes, und zwar sagen wir jetzt hier nach unserem Reporter, sagen wir, wir wollen das Ganze für verschiedene Browser lesbar machen. Das heißt, wir starten das Ganze jetzt. Er läuft wieder komplett durch. Und in dem Moment kriegen wir hier in unserer min-Datei viel mehr Code. Was heißt, er macht eine ganze Menge in Klammern Boilerplate und erzeugt damit aber auch jede Menge praktischen Fallback-Code, falls irgendwelche Funktionen nicht funktionieren. Das könnt ihr natürlich, ja, wenn ihr wollt, überschreiben, kleiner machen und so weiter. Ist, finde ich persönlich, sehr wichtig. Sollte man auf jeden Fall nutzen. Und am Ende machen wir natürlich noch das Ganze klein. Was heißt, wir wollen das minifizieren. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier unten gab es nochmal neue Aufrufe mit, galp-dev. In dem Moment wird das Ganze ausgeführt. Wir haben hier jetzt eine minifizierte JavaScript-Datei. Was heißt, es wird einfach alle Whitespaces rausgenommen und so weiter. Es wird alles kleiner gemacht. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier unten ebenfalls noch, dass wir das Ganze streamen wollen. Und auch hier noch ein Kommentar rein. Was heißt, in dem Moment sind wir quasi fertig. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass unsere Anwendung quasi eine ganze Menge unterstützt. Was heißt, wir können jetzt hier hingehen und sagen, wir können jetzt hier auch beispielsweise const test gleich test. Zack. Speichern das Ganze ab. Fügen das hier ein. Fügen das hier einmal aus. Zack. Und jetzt sehen wir hier auch ein Lint-Error, nämlich das unavailable ist in normal. Also wir müssen ES6 definieren. Und das ist etwas, was wir noch tun müssen. Was heißt, wir gehen in unser Ursprungsverzeichnis, gehen hier rein, erstellen ein neues File, sagen Punkt ESLint und dann ERC, öffnen diese Datei. Und in dieser Datei müssen wir ein ganz bisschen Code hinzufügen. Und zwar sagen wir einfach nur das. Speichern das ab. Aktualisieren das. Und in dem Moment wird uns einmal in unserer Datei nicht mehr dieser Fehler hier oben angezeigt. Auch in GALB wird jetzt dieser Fehler hier oben nicht mehr angezeigt, weil er jetzt weiß, dass wir ES6 nutzen. Und hier drin haben wir jetzt im Prinzip immer noch den Fehler halt, den Warning, dass wir halt ES6 nutzen. Das ist nicht weiter tragisch. Wir könnten jetzt theoretisch, wenn ich nochmal in unsere GALB-Fall reingehe, könnte man den Lint halt drehen. Was heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte unseren Linter erst nutzen, nachdem wir das Ganze mit Browser-Fall angepasst haben beispielsweise oder sowas. Dann würde das wahrscheinlich nicht mehr anschlagen, weil er das schon umcompiled hat. Ich persönlich finde es aber praktisch, das zu wissen und darauf hingewiesen zu werden, dass ich gerade ES6 nutze. Das kann man, wie gesagt, auch einfach ausblenden, wenn man hier beispielsweise ES6, beziehungsweise wir können das, glaube ich, einfach hier oben hinzufügen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Müsst mal nachlesen. Ne, es funktioniert so nicht. Aber wie gesagt, das müsste eigentlich auch kein Problem sein. Also ich habe es sehr gerne angezeigt. Prinzipiell sind wir jetzt fast am Ende dieses Videos angekommen. Das Einzige, was uns noch fehlt, wir wollen nicht diese standardisiert, also diese komischen Befehle wie GALB DEV eingeben müssen oder GALB eingeben müssen oder sowas, sondern wir wollen standardisierte Sachen haben. Was heißt, in unserer Package.json gehen wir hier hoch und sagen unter Main machen wir einen neuen Bereich. Der nennt sich Scripts. Und in diesem Script-Bereich können wir jetzt nämlich ein paar Befehle hinterlegen. Und zwar sagen wir DEV. Und der DEV-Befehl soll GALB DEV sein. Und hier haben wir auch einen Bildbefehl. Und der soll einfach nur GALB sein. Und in dem Moment, wenn ich das Ganze so abgespeichert habe, beziehungsweise das können wir hier rauslöschen, speichere ich das Ganze mal ab, schließe das hier und kann jetzt hingehen und einfach nur sagen NPM run DEV. Und in dem Moment seht ihr, er startet GALB DEV und führt das alles aus. Und ich muss mir nicht irgendwelche komischen Parameter oder so merken. Was heißt, ihr könnt hier beispielsweise GALB, wenn ihr euch da ein bisschen tiefer einlegt, auch sowas machen wie beispielsweise Production oder sowas mitgeben. Und das kann man dann alles hier reinschreiben in Scripts, ohne sich das merken zu müssen, sondern muss sich einfach nur merken NPM DEV, NPM Build, NPM Test und so weiter. Das heißt, so standardisierte Abläufe. Und das Ganze finde ich persönlich ziemlich cool. Wie gesagt, alles, was wir heute in diesem Video gemacht haben, könnt ihr wunderbar hier einfach in unserem Repository nachlesen. Ihr könnt das hier verändern. Ihr könnt auch liebend gerne hingehen und sagen, ich habe Fehler gefunden, ich habe Verbesserungen gefunden oder so etwas. Schreibt die rein. Dieses Tutorial ist bei weitem nicht abgeschlossen. Ich werde in Zukunft, wie gesagt, ab und zu auch Status-Updates machen. Ich werde auch in Zukunft hier versuchen, nach Möglichkeiten Releases zu machen. Was heißt, jede neue Release-Version wird ein Video mit sich ziehen. Was heißt, einmal kurz so ein Status-Update. Was hat sich verändert? Was passen wir an? Und das werde ich in Zukunft definitiv versuchen zu machen. Das heißt, schaut doch vorbei, schreibt doch mal eure Verbesserungen. Oder vielleicht gibt es ja noch mehr Tasks, die ihr gerne hättet. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne machen würdet. Also in Zukunft hätte ich beispielsweise vor, einmal GYP zu zeigen, wie man das Ganze auch noch mit beispielsweise Git in Verbindung setzt. Also, dass man damit automatisiert einige Sachen in Git machen kann. Aber auch solche Geschichten, wie beispielsweise wie man damit TypeScript verarbeiten kann, wie man damit in WordPress arbeitet oder so etwas. Schreibt das einfach mal in die Videokommentare. Ansonsten, ja, war es das für diese Woche schon wieder. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Oder wie schon gesagt, hinterlasst doch auf Git einfach ein Issue oder einen Vorschlag für einen Feature-Request. Ansonsten, ja, wenn ihr diesen Shell unterstützen wollt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung einen Link zu verschiedenen Affiliate-Partnern oder meinen Social Networks. Ansonsten, wenn ihr diesen Shell unterstützen wollt, könnt ihr auch Google bzw. auf YouTube abonnieren. Und natürlich ansonsten nehmen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.